hey leute fragen mich immer kalle was sind euch die perfekten voraussetzungen um die letzte folge von breaking bad zu gucken naja also step 1 ist eigentlich ganz einfach begebt euch auf jeden fall nach las vegas genießt die lichter draußen step 2 ist auch ganz easy ihr holt euch einfach eine richtig fette glotze in eurem hotelzimmer an der ihr euren pc anschließt lasst euch ein schönes heißes bad ein lasst auf jeden fall die höhlen fallen das problem ist jetzt natürlich der fernse läuft noch nicht erst mal ob das euch schön gemütlich so das ist natürlich das problem ja wir haben den fernseher da drüben bloß nicht mal den einschalten äh gabe buttlers wir können sie bitte mal den laptop einschalten natürlich viel spaß danke viel spaß in der letzten folge breaking bad schaut euch das video an